Diese hier zum Kauf angebotene neue 4 1,5 Zimmer Etagen Wohnung befindet sich in Leipzig. 2017 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 171 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 725.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017